Hi! In diesem Beitrag geht es um die psychophysische Wechselwirkung bei Descartes. Bis hierher hat er, wie in den vorausgegangenen Beiträgen besprochen, die Annahme zweier Substanzen sowie deren Verschiedenheit voneinander begründet. Für sein Modell zur Wechselwirkung ist nun von Interesse, wie wiederum die Einheit zwischen diesen real verschiedenen Substanzen sowie die Interaktion zwischen diesen möglich sein soll. Damit kommen wir zum Kern des Leib-Seele-Problems und was Descartes dazu zu sagen hat. In der sechsten Meditation geht Descartes auf die Einheit von Körper und Geist ein, indem er eine Antwort auf jene Frage von Aristoteles gibt, ob die Seele auf diese Art Vollendung für den Körper ist wie der Schiffer für das Schiff. Descartes beantwortet die Frage negativ. Durch diese Empfindungen des Schmerzes, des Hungers, des Durstes usw. lehrt die Natur auch, dass ich zu meinem Körper nicht etwa nur so hinzugefügt bin, wie ein Seemann sich auf einem Schiff aufhält, sondern dass ich mit ihm aufs engste verbunden und gewissermaßen vermischt bin, sodass ich mit ihm zu einem einzigen Etwas zusammengesetzt bin. Ein Mensch nimmt eine Verletzung seines Körpers nicht rein geistig wahr, so wie ein Seemann einen Schaden am Schiff feststellen würde. Stattdessen seien Schmerzen, Hunger oder Durst nichts anderes als gewisse verworrene gedankliche Zugriffe, die aus der Vereinigung und gewissermaßen der Vermischung von Körper und Geist herrühren. Die Verworrenheit sinnlicher Empfindungen ist damit eine Bedingung für die Klarheit dieser Erkenntnis, also von der Einheit von Körper und Geist, die inhaltlich nichts anderes ist als Einsicht in die Tatsache der Verworrenheit. So erklärt es Christian Wohlers in seiner Einleitung zu »Die Passionen der Seele« von René Descartes. Diese Einsicht könne dann als klare und deutliche Erkenntnis gelten, wenn die wahrgenommene Verworrenheit als unaufhebbar festgestellt würde, eben weil Körper und Geist aufs engste miteinander verbunden seien. Zum Verständnis dieser Einheit weist Wohlers auf ein weiteres Bild von Descartes hin, aus dessen Brief an Regius vom Januar 1652, und zwar das Bild eines Engels in einem Menschenkörper. Dieser Engel würde, mit dem vollen Gebrauch der Vernunft ausgestattet in den Körper gefahren, dessen Nervenregungen wie die Bewegungen einer Außenwelt erfahren, die Außenwelt jenseits des Körpers jedoch gar nicht wahrnehmen können, weil er den Wust verworrener Sinnesempfindungen zur Gegenstandskonstitution, d. h. zur Erfassung der äußeren Welt, gar nicht zu nutzen verstünde. Der Körper wäre somit sein Gefängnis. Die Pointe ist, dass wir über die Außenwelt gerade deshalb besser informiert sind, weil die Bewegungen unseres Körpers, die die Bewegungen der Dinge der Außenwelt an unsere Seele übermitteln, als solche für uns unbewusst bleiben. Deshalb bedarf es der Abstraktion, wenn wir unseren Körper als Objekt der äußeren Welt betrachten wollen. In der sechsten Meditation sieht Descartes den Nachweis erbracht, dass der Geist mit dem Körper substanziell vereint sei, wie er in den vierten Erwiderungen schreibt. Warum aber etwa aus einer nicht näher zu beschreibenden Schmerzempfindung eine Traurigkeit im Gemüt entstehe, dafür hat Descartes keine andere Erklärung als weil ich dies so von der Natur gelernt habe. Weiterhin schreibt er, In seinen Meditationen vermag Descartes diesen winzigen Teil noch nicht zu benennen und bleibt vage, wenn er feststellt, jede einzelne der Bewegungen, die sich in jenem Teil des Gehirns vollziehen, der unmittelbar den Geist affiziert, erregt im Geist jeweils nur eine einzige Empfindung. Deshalb kann man sich in diesem Zusammenhang nichts besseres ausdenken, als dass diese den Geist unmittelbar beeinflussende Bewegung in ihm von allen Empfindungen, die sie erregen kann, gerade die erregt, die am meisten zur Erhaltung der Gesundheit des Menschen beiträgt. Auf dieselbe Weise entsteht in der Kehle eine die Nerven der Kehle und mit deren Hilfe die inneren Nerven des Gehirns bewegende Trockenheit, wenn wir trinken müssen. Diese Bewegung affiziert dem Geist die Empfindung des Durstes. Descartes' Gedanken zur Interaktion zwischen Körper und Geist zogen Reaktionen nach sich, wie jene Frage Elisabeths von der Pfalz, die ich im Beitrag über das Leib-Seele-Problem in der Neuzeit bereits zitiert habe. Die Prinzessin hatte wissen wollen, wie die Seele des Menschen die Geister des Körpers veranlassen könne, eine willentliche Handlung durchzuführen. Schließlich sei die Seele nichts anderes als eine denkende Substanz. In dem Briefwechsel zwischen der Prinzessin und dem Philosophen kann laut Christian Wohlers die Keimzelle derjenigen Schrift gesehen werden, die Descartes 1649 zum Druck freigab, ein Jahr vor seinem Tod, und ein Jahr nach seiner Bemerkung an Franz Buhrmann, dass die Frage zur Interaktion schwierig zu beantworten sei. In dieser letzten Schrift »Die Passionen der Seele« geht Descartes auf besagte Frage ein und legt sein Modell zur Wechselwirkung zwischen den Substanzen dar. Als eine »Passion der Seele« bezeichnet er eine Empfindung, die stets mit einer Aktion des Körpers zusammenhängt, der auf die Seele einwirkt. Umgekehrt könne auch die Seele agieren, sodass die Wirkung dem Körper passiert. Dieser Körper hängt in all seinen Bewegungen und Wahrnehmungen von den Nerven ab, die so etwas wie kleine Röhren sind, die alle vom Gehirn kommen und – genau wie das Gehirn selbst – eine gewisse Luft oder einen äußerst feinen Wind enthalten, den man die Lebensgeister nennt. So Descartes. Hier sei noch mal an den Korpuskularismus erinnert, den Descartes vertritt. Mehr dazu im Beitrag über Substanzdualismus seit Platon. »Die sehr feinen Teile des Blutes bilden die Lebensgeister, und zu diesem Zweck muss ihnen im Gehirn nur eine einzige Änderung widerfahren, nämlich dass sie dort von den anderen Teilen des Blutes getrennt werden. Denn was ich hier Spiritus nenne, sind nur Körper mit der einzigen Eigenschaft, sehr kleine Körper zu sein, und sich deshalb sehr schnell zu bewegen, wie die Teile einer aus einer Fackel austretenden Flamme.« In Artikel 8 von »Die Passionen der Seele« erklärt Descartes, dass es unbekannt sei, auf welche Weise diese Lebensgeister zu den Bewegungen und den Sinnen beitragen, noch was das körperliche Prinzip ist, das sie wirken lässt. Er stellt klar, dass die Seele wirklich mit dem gesamten Körper verbunden sei, dass es jedoch gleichwohl einen Teil gibt, in dem sie ihre Funktionen mehr als in allen anderen ausübt. Diesen Teil identifiziert Descartes als eine gewisse, sehr kleine, in der Mitte seiner Substanz gelegene Drüse, nämlich die Zirbeldrüse, auch Epiphyse genannt. Die mittige Lage ist es auch, die Descartes als Argument für seine berüchtigte Hypothese anführt. In Artikel 32 beschreibt er das doppelte Vorkommen aller anderen Teile des Gehirns sowie aller Sinnesorgane, und die sich daraus ergebende Notwendigkeit, dass es einen Ort im Körper geben müsse, an dem sich all die von einem einzelnen Objekt durch doppelte Organe kommenden Eindrücke zu einem sammeln können, bevor sie die Seele erreichen. Und es gäbe im Körper keine andere Stelle, an der sie genauso vereint werden können, wenn nicht in der Folge dessen, dass sie es in dieser Drüse werden. Abschließend müssen wir festhalten, dass eine Lokalisierung der psychophysischen Wechselwirkung zwischen den Substanzen, noch keine Erklärung derselben ist. Die Probleme und Kritikpunkte zu Descartes' Ansatz, die thematisiere ich im Blog, der entsprechende Beitrag ist unten verlinkt. Das war's nun erstmal zum Leib-Seele-Problem und den Meditationen von René Descartes. Ich sage danke für die Aufmerksamkeit und bis demnächst.